Die Dinger sind behindert Vollbehindert, so wie du Vollbehindert? Ist das wie Vollmischschokolade? Ja Gibt es da noch Mischschokolade, also Mischblöd Du bist Mischblöd, ja Wie Vollmischmischblöd Schokolade Blöde Vollmischschokolade Hatta will jemand nicht unter 10 Leben kommen, ne? Ja, ich will nicht nur Fliegt doch einfach rüber, komm, das schaffst du Keine Rostation Ich brauche ein paar Leben wieder Ne, brauchst du nicht Komm, das ist doch nicht gemein, dieses Level Nein, ist es doch gar nicht Wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht, ich finde das eigentlich ganz schön, dieses Spiel Ja So dass man so abstürzt, sich gegenseitig ärgern kann Ach, man ist das herrlich Das ist Mauerflash Du hättest jetzt einfach die festklammern müssen Hab ich schon wieder gemacht eben Ja, deswegen, brauchst du sie Ja, deswegen, brauchst du sie Hier So weiter geht hier Hast du so oder so? Ne Eins, zwei, drei Dankeschön Ja, ist das ehrlich hier Ja Ja Pfff Die blöde Schokolade Jetzt machen die Für 9,99 Euro Wow Die wird bestimmt auch noch jemand kaufen Klar Ja Das ist eigentlich eine Schokolade, die ich auch nehmen kann Das ist eigentlich eine Schokolade, die ich auch nehmen kann Was soll blöd sein? Die blöde vor allem Schokolade Jetzt in jedem Discounter Ihre Wahl Also wenn das in jedem Discounter verkaufen würde, ne? Ja Dann produziere ich nur noch Schokolade Wieso? Dann bist du steinreich Ja, das stimmt In jedem Discounter vorhanden ist, dann bist du steinreich Heute ist das auch schon wieder grad die neue Folge Ja Blöde, freu mich Schokolade Ja Zendus produziert seine eigene Schokolade Jeden Morgen um 8 Ja Das bist du bestimmt Das bist du bestimmt jeden Morgen um 8 Ja auch mal ein bisschen eher Ich hab da nicht meine Zeit, na los Ich kann auch meine Produktion variieren Flüssig um den Fest, ne? Ja Mit oder ohne Erdnüsse Auch in Pistazien kann ich auch nehmen Auch in Pistazien kann ich auch nehmen Kein Problem Auch was für herbe Leute mit Mit Mais Ja Wann hast du so viele Busch haben? Ja, hat er es geschafft? Ich bin so geil Weil ich freu mich, ich hab Schokolade ab Ja Mh, 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 mh Ah, jawoll, da ist Frankie Jawoll, jetzt Dann werde ich gleich einmal tun Oder? Ne Hast schon einen Speicher? Europa, achja schon wenn ich eine folge mal 87 b nenne immer mittlerweile habe ich bei minecraft damals gemacht sie macht sich 88 klammern eingesetzt oh du idiot nee den lasse ich heute drinnen kommt heute nicht aus warum hast du ihn losgelassen du kriegst ja wenn du glück hast kommst du ja noch so weit und kriegst zumindest einen zweiten affen ach ne sitzt ja schon hinterm rechner du bist ja auch früher oder so nein ich bin der vollmich blöden schokoladenhersteller in der behindertenverpackung da wird extra so gerechnet nicht ein gratis sondern suchen sie den fehler eine einer fehlt ehrlich ja jetzt im sondergebot eine eine riegel weniger blub 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 ich glaube wahrscheinlich nicht fängst du grad an zu legen centos ok ok ist ja jetzt gut hat nur grad geleckt 33 prozent was bin ich jetzt immer noch vorne proppen oh nein ich bin kein vorderproppen du bist ein aschgesicht nö albtraumfahrt let's egal was war das denn also ich auch nicht verdammt wollte nicht wechseln ich weiß auch nicht was da ist keine ahnung fn hallo nicht tauschen drück ich mal die falsche taste nein oh jod lauf weiter los komm her nein ach das nix kann ich den bitte auch mal wieder hochwerfen du schaffst das nicht du schaffst das nix haha genau ach man das spiel mobbt mich doch hier du schaffst das nix du schaffst das nix ach na sicher bitte nö je hihihi das ist egal normalerweise ja 321 ready go komm schon gibt gas 3 komm das gibt es doch nicht ja bin ich drüber gesprungen normalerweise schaffen erst nicht aber wenn du ein bisschen gas gibt es dann passiert dass das den ersten schaffst du dann kannst du den fäden überspringen normalerweise kannst du nicht überspringen ja leider egal einmal mache ich es noch das schaffe ich ja sicher natürlich genau in einer minute stütze ab sicher 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 du schaffst das level doch nicht blub bina 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 bis sie gleich unten ja klar drück einfach ich habe noch ein bisschen zeit du willst du willst du nicht ernsthaft durchspielen oder ob ich will das einmal klar zu sich ja ich packe wenn die letzte folge mit rein habe schon das nicht auch du für you für you das stürzen flash abstürzen Hallo? Sag mal was. Nein. Sag was. Nö, nö, nö. Oh, komm, Fuyu. Hallo. Ja, oh ja. Hallo. So geil. Hallo. Nein! Ich wollte es eigentlich nur durchspielen. Verdammte Kacke. Ja. Warte, bitte. Bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2. Die Konkurrenz mit dem Flash. Bye, bye. Tschüss.